Ich wollte noch in die Mine rein. Warum bin ich jetzt schon wieder hier? Also gut Jungs, ich werde euch berühmt machen. Stellt euch mal wie richtige Helden. Sir. Dafür haben wir ja keine Zeit, man. Das Ice Camp ist gesichert, Sir. Wir warten auf weitere Befehle. Alles klar. Geh doch mal. Der Lauschposten muss gesichert werden. Und dann haben wir noch das Impulsfeld zu deaktivieren. Jawohl, genau. Ja, Sir. Schon unterwegs. Genau. Wir gehen... Richtig. Und das ist genau das, was ich meinte. Wir haben links alles fertig. Schlachtfeldschützengräben geradeaus. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber wir fahren... Wir fahren mal da rein. Wir laufen mal da rein. Hoppala. Doch schön. Okay. Wir laufen da nicht rein. Einsatzhauptquartier, rechts um die Ecke. Da ist doch keiner. Genau, hier müssen wir doch hin. Ach, guck mal hier. Wie sie schon laufen da vorne. Sehr gut. Schönes Wetter haben wir. Am Montag ist auch ganz gut. So, meine Damen. Was? Sir. Ja, Sir. Sir. Ja, Sir. In der Minenstadt wimmelt es von kommunistischen Streitkräften, Sir. Wir werden vorübergehend hier Halt machen. Wie lauten Ihre Befehle? Attacke! Ja, Sir. Wir werden den Feind bei der Minenstadt angreifen. Los, los, los. Wuf, wuf, wuf. Alter, was? So, weg ist er. Wo ist ein Hund? Sehr gut. Jawohl, ja. Komm schon, rand da. Wo? Wo? Jesus. Habt ihr jetzt den Helikopter kaputt gemacht? Ihr habt den Helikopter kaputt gemacht. Ist nicht wahr. Oh, was ist denn da? Hoppala. 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 Sieben von zehn haben wir schon nochmal. Alles gut bei euch? Wieso habt ihr keine Waffen? Den übernehme ich. Wo? In Wien. Von was redet der? Ich hab ein Geschenk für dich. Komm erst. Ach, hör doch auf jetzt. Hey! Ich hab ein Geschenk für dich. Ich hab mich mit heruntergezogenen Unterhosen erwischt. Verraten Sie niemandem, was sie mich gefolgt haben. Hast du gerade gepinkelt, weil deine Hosen runter waren oder was? Sag mal. Nix Scharlatan. Nicht weggehen. Hierbleiben. Ich wunderte mich gerade, wieso das so komisch ist an der Stelle. Jetzt weiß ich warum. Der kommt doch gleich irgendwo hier runter. Was macht die da? Windows Update. Ich schieße es mal eben an. Wo ist er? Ja. Ja. Wo ist er? Komm. Das war er. Da ist noch einer. Da ist noch zwei. Zwei Tage alt. Sei froh. Ich hab nur noch 29 Schuss, Digga. Das wird ein bisschen eng jetzt. Dann laufen wir einfach weiter. Nicht vor die Füße. Doch. Aber es ist noch einer. Verweicheier wie dich. Lebt der noch? Der tut nur so, oder was? Kann ich bis dahin schmeißen. Hoppala. Ja, so muss das sein. Ich hab auch nur noch 17 Schuss. Was? Wo? Kommt da noch einer oder was? Ist nicht wahr. Kommt da noch zwei Nachzügler. Ja, unfassbar. Wie befohlen wurde der Angriff auf den Lauschposten eröffnet, Sir. Alles klar. Alles klar. Sobald das Ziel erreicht wurde. Gut. Da sind zwei hinten dran. Schönen guten Tag. Du hast keinen einzigen Kommunisten entkommen. Ach, scheiße, ey. Das ist das. Granate! Da drüben. Da drüben. Schnappt sie euch. Hopp. Ah. Da drüben. Da drüben. Schnappt sie euch. Granate. Das ist nicht Sinn der Sache, Leute. Was? Nein. Okay. Hat doch funktioniert. Oh. Genau. Guck dir das mal an. Du lebst noch? Ähm. Wieso? Lebst du? Gehört er jetzt zu uns? Ist das Spiel abgestützt? Hallo? Ist nicht wahr. Verreckt jetzt der Hede drin, Mensch. Alter, lecko mio. Ich lauf jetzt hier durch. Ja, ich weiß. Guten Tag. Hä? Ah. Ich hab ein Geschenk für dich, Kommunist. Was? Das ist der Film. Wir allstoridee. Was? Moment. Okay. Dann schnibbeln wir halt. Komm her jetzt! Sag mal, das Messer funktioniert anständig. Aha! So macht man das in meiner Truppe. Ja, ja. So macht man das in ihrer Truppe. Klar. Und ich bin halb schon am Arsch. Ich brauche mal ein bisschen Munition hier. Erkannt. Oh! 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 Da! Auf den Kopf! Ah! Was? Zwei? Tach, Mann! Danke! Haben die sich echt dazwischen versteckt hier? Unfassbar! Ja, die rennen! Ah! Oh! Alle Ziele eliminiert! Okay... Irgendwelche Knäppchen drücken oder sonst was? Nein! Gut! Ist der mit ganz oben? Da! Wo? 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 Da! Oh! Alter! Da ist noch irgendwo einer. Okay... Okay... Kann jetzt leider Gottes keiner Waffe wechseln, weil wir keine andere haben... Da muss ich mit dir reden... Wie befohlen wurde der Angriff auf den Lauschposten eröffnet, Sir. Ich werde sie verständigen, sobald das Ziel erreicht wurde. Alles gut? Naah. Wie befindelt es! Alles gut? Wo muss ich hin? In den Lauschposten. Oh, ich bin runtergefallen. Das war ja... Er möchte jetzt mit, was er nicht kann. Gut. Du bist ein Heckenschützenteam und hast keine Heckenschützenwaffen mehr. Das ist auch geil. Also, gehen wir nochmal hier durch. Tachchen, du bist da. Was soll er denn machen? Aufgabe. Den Chinesen in Lauschposten sichern. Wir zahlen und sprechen damit das Kommando wieder einübersetzt. Ja. Das Ziel ist immer noch nicht erreicht. Was heißt also, es müsste jetzt draußen weitergehen? Es sollte draußen weitergehen. Aha. Und da, da. Und da. Hier ist ein kleines Geschenk von Uncle Sam. Dies dürfte der letzte sein. Damit ist auch endlich mit der Barbadierung unserer Leute Schluss. Dank ihnen. Ich werde unseren Männern befehlen, zum Hauptquartier zurückzukehren. Wir sehen uns dort. Er war doch grün. Warum soll ich denn dann erschießen? Ich glaube, ich nehme ja die Waffe weg. So. Was haben wir noch? Tag. Feldschützen graben. Chinesisches Impulsfeld. Alles klar. Los geht's. Shut the fuck up. Montgomery. Alles klar. Ach, stillschüss. Was ist das? Was ist das? Ich sage es. Ich sage es. Wieso soll ich meinen eigenen... Ah, die Maul... Lauf! Aha! Aua! Wix mit Fäusten! Haben wir keine Zeit für! Ja! Ah ja! Komm schon! Gib Gas! Mal schnell rundherum blicken! Alles klar! Alles klar, Herr Kommissar! Was? Was? Von wo werden wir beschossen? Ich höre es nur! Aber sehnt ruhig's nicht! Warte, 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 warte! Ah, jetzt hab ich schon wieder erschreckt vor denen! Da ist noch hinter mir einer! Wusstest doch! Den übernehme ich! Linke Seite! Ui! 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 Wir kommen hoffentlich wieder, ne? Ja, derselbe Spruch wohl vorhin auch! Links rum, rechts rum, ist egal! Wir müssen da lang! Gut! Ja, dann tues auch! Zack, zack! Was? Wo? Da! Oh! Au! 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 Es ist schön, dass ich Mikrofusionszellen- und Raketensachen aufheben kann. Ah, da geht es nicht weiter. Oh, da geht es nicht weiter. Oh, da geht es nicht weiter. Okay. Ich habe nur noch 61 Schuss. Muss ich nochmal zurückgehen? Alter. Au. Endlich wieder volle Munition. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Oh, entschuldige. Aua. Ähm. Spinkst du? Ist nur ein Geschützturm. Jawohl. Hast du ihn? Gut, komm. Gehen wir da lang? Nein. Wir müssen da lang. Äh. Hallo? Den übernehme ich. Welchen? Hammer. 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 Er sagt immer, da drüben, da drüben. Oh. Oh. Vor die Schnuss. Oh-oh. Und heute? Ach, das ist unsere. Alles klar. Ja. Ja. Hier war noch einer. Rechts um die Ecke. Wo ist die Sau? Da ist er. Ich ziehe. Komm her. Okay, den kann ich von hier aus nicht anschießen, aber so. Geh mal her. Oh, stopp. Äh, moonshine? Hmm, isolation? Passiert. Gut. Kann wir ja loslegen. Oh, stopp. Move, bitch! Die Verbindung wurde getrennt. Wir können sie nicht hören. Au! Waffen. Munition. Okay, und jetzt? Weiter da rüber. What? Gut. Sehr gut, Jungs. Sehr gut. Sehr gut. Machen wir noch was? Ne. Das Eis fällt. Das Eis fällt. Gut. Hm. Hm. Ja. 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 Gut. Ich bin schon. Ja. Ja, ich bin schon. Ja. Geht doch nichts kaputt, Mensch! Okay... Blechdosen rein! Ich wiederhole, wir können jetzt angreifen! Das sind keine Blechdosen, das sind Kameraden! Aha! Das sind zwei Geschütztürme, zwei große! Ob das funktioniert? Ah, das macht ihr schon? Alles klar! Super! Dann brauch ich mich nicht um zu kümmern! Tja! Sie haben bereits verloren! Verlieren sie jetzt nicht auch noch ihre Würde? Auf Wiedersehen... Ah... Lass uns die Bordelgeber- ... ... ... ... Ah.